Ja, Aserbaidschan hat den Grand Prix gewonnen. Ja, es war mal wieder ein Musikevent und ihr wisst, ich liebe Musik. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Aserbaidschan gewinnt. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Lena so floppt. Schade eigentlich. Ich habe eher gedacht, dass Schweden, Irland und Deutschland die Top 3 belegen könnten, was ja nun nicht der Fall war. Ich möchte von euch wissen, findet ihr gut, dass Aserbaidschan gewonnen hat oder hättet ihr damit gerechnet? Wenn ja, Daumen hoch. Wenn ihr das genauso schade findet wie ich, dass Lena so gefloppt hat, ja, dann ebenfalls Daumen hoch. Nein, Quatsch. Also, findet ihr das gut, dass Aserbaidschan gewonnen hat? Habt ihr damit gerechnet? Ja oder nein? Daumen hoch für ja, Daumen runter für nein. Ja, das mal wieder was anderes auf meinem Kanal. Ein bisschen Abwechslung. Tut mal ganz gut. Natürlich gibt es auch Wohnvideos. Aber ich bin ja auch ein Mensch und ich habe auch so meine Interessen. Und die seht ihr auf meinem Kanal. Dankeschön fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Wohnprinz Bastian. Und bis zum nächsten Video.